Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, Hans-Peter. Heute ist das Thema. Das Ausland kann man vergessen. Das läuft gar nicht mehr. Ich nehme nicht einmal mehr das Telefon ab. Inland ist sehr interessant. Je nach Regionen etwas anders. Und zwar nicht nur die Zahlen, sondern auch die Massnahmen. Das heisst, das Land rückt zusammen. Im Welschen haben sie ihre Beizen länger offen als bei uns. Dann gehen natürlich die Berner und die Solothurner ins Welschen gehen. Und dann gehen Jojojock, Monsieur. Ich kann schlazen. Ja, da entsteht eine neue Völkerfreundschaft. Dafür haben wir im Osten puren Sozialismus. Alles zu, wegen alles Koyoyank. Für die St. Gauer lohnt es sich natürlich nicht, wegen einem Pferdenuntergott und einem halben Kuttlerrugger in das Neue Burgische rauszufräsen. Gibt's nicht. Die andere erfreuliche Nachricht ist die Weitsicht unserer Jürich-Politiker. Thomas Aschi, Jojo Koeppel und Erich Hestje sagen sich Gouverneur s'hepaillévoire. Oder wollen die Alten alle wegsterben? Heisst das für die Pensionskassenen Pinky, Pinky? Umwandlungs Satz? Kein Problem. Das freut natürlich der Finanzspezialist Thomas Aschi. Roger Koeppel, seine Wähler weiss ich ja sowieso nicht impfen lassen. Dann brauchen wir eigentlich die AHA von AHA gar nicht. Wir können gleich abschaffen. Und bei dem E-ech-S, was soll man sagen, in diesem Hirn kann auch der Virus nichts mehr anrichten. Jetzt ist aber noch nicht klar, was wirklich kommt. Der Bundesrat entscheidet bei AIDS am nächsten Freitag. Ja du, begib ihm du. Vielleicht auch erst am 28. Dezember. Oder gegen Ende für Juli. Diese Massnahmen, die muss man halt zuerst mit den Sürmukantonen besprechen. Oder die Kantone haben ja zuerst gesagt. Und jetzt muss ich plötzlich fast ja jessen. Fast ein wenig wie die Deutschen auf dem Campingplatz am Morgen vor der Scheisse. Fertig.